Beim letzten so zu applaudieren, das war nochmal ein ganz emotionaler Moment, der mir auch nochmal gezeigt hat, dass es die absolut richtige Entscheidung ist, hier zum Ende. Ich habe hier keinen Fünfjahresvertrag unterschrieben, um nach zwei Jahren, wenn es dann mal nicht so gut läuft, wieder abzuhauen. Natürlich ist Köln die zweite Heimat geworden. Das steht außer Frage, sonst würde ich auch solche Entscheidungen nicht retten. Musik Musik